Was willst du morgen machen? Was willst du morgen machen? Morgen will ich mich mit meinem Papa treffen. Morgen will ich mich mit meinem Papa treffen. Morgen will ich mich mit meinem Papa treffen. Was hast du gestern gemacht? Was hast du gestern gemacht? Was hast du gestern gemacht? Kannst du bitte etwas langsamer sprechen? Kannst du bitte etwas langsamer sprechen? Kannst du den Satz bitte wiederholen? Kannst du den Satz bitte wiederholen? Kannst du das bitte noch einmal sagen? Kannst du das bitte noch einmal sagen? Kannst du das bitte aufschreiben? Kannst du das Wort bitte buchstabieren? Kannst du das Wort bitte buchstabieren? Kannst du mir dieses Wort erklären? 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 Ich habe es nicht verstanden! Ich habe es nicht verstanden! Ich habe es nicht verstanden! Was bedeutet? Was bedeutet? Was bedeutet? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe diese Redewendung nicht. Ich verstehe diese Redewendung nicht. Ich verstehe diese Redewendung nicht. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Wie geht es dir? Ich verstehe diese Redewendung nicht. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr müde. Ich bin sehr traurig. Ich bin sehr besorgt. Ich bin sehr glücklich. 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 trinken. Mein Futsch, noch auch gleich mal.